Hier ist die Sprachstelle, dass ich gerade in der Türe vorbei bin, die Heimflagge. Wir haben den 21. Mai 2022, jetzt bin ich hier jetzt schon in Aachen. Ich bin hier in Aachen. Ich bin hier in Aachen. Ich bin hier in Aachen. Ob es jetzt die gleiche ist oder eine andere, das weiss ich nicht. Also das wäre schon speziell, wenn es die gleiche wäre. Vielleicht gibt es auch diesen Vogel hier überall. Aber ich habe ihn früher nicht aufgefallen. Die Amsel habe ich unterwegs. Zwei Mal gesehen, drei Mal sogar. Ich habe es aber nicht gesagt. Sonst mache ich vielleicht noch einen Deidrag, also würde ich mich nicht auf der Straße konzentrieren. Was ich aber schon mache. Und jetzt sieht man, also man merkt, man sieht sie fast nicht. Weil sie im Hintergrund sehr ähnlich ist. Das ist grau, blau. Das ist grau, blau. Das ist grau, blau. Die Fachstelle sehe ich praktisch überall. Wenn ich wieder etwas länger Ausflüge mache, dann wird man das auch merken. Egal wo ich eingehe. So sehe ich sie. Ich glaube schon boost hat. Ich glaube schon boost hat. Aber hier ist alles gut. Ich kriege mich. Ich habe mich noch etwas gefällt. Der weiße ist hier auch nicht echt gut. Aber ich weiß es, kann es nicht mehr ausfragen. Jetzt haben wir noch Damsen gehört, vielleicht setzt sie jetzt zum Flug an. Vielleicht wartet sie noch auf ein Gespänchen. So jetzt setzt sie dann zum Flug an. Dr. Francisca-Burlin Dr. Francisca-Burlin Dr. Francisca-Burlin I just have to go, they are so cool, you know so cool. Ich werde jetzt noch ein paar Mal antreffen. So, jetzt ist sie immer noch dort, aber jetzt hört man sie nicht. Hier ist ein anderer Vogel, der sich so ruckartig bewegt. Ich weiß nicht, wie er heisst. Ich kann ja auch hier sehen, dass wir uns hier sind. Auch hier sind für die andere Seite. Er ist noch alt, he! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.